Hallo und willkommen zurück zu Let's Play der Aller Ringe. Das dritte Teil, Alter. Ja, ich habe mich gerade fast gegessen. Gummibärchen! Ja, für alle sind's. Gummibärchen oder so. Wir sehen uns jetzt ab, heute ist das Handy, oder? Junge? Ja. Ach, warte. Boah, ich kann nicht nur sehen, der ist so dumm dazu. Ja, das könnte ich sein, ey. Boah, danke. Denitor war bereit, für die Mehrung seiner Mann, seine beiden Söhne zu opfern. Gumm, 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 gumm. Wenn du Minas Tirith erreichst, wirst du erkennen, dass dich allein die Macht der Elben vor der Verdachtheit schützt, die die Welt der Menschen befreit. Vertraue auf deine Elbenfreunde, denn sie diente mir lange Jahre und war dein reines Herz. Ja, das wurde rausgefunden, Hals. Ja. Ja. Ich hab' einen Blick auf den Punkt, weil ich weiß. Ja. Okay. Ja. 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 Hinter dem Pferd. Ein Gefangener. Er lebt noch. Hi Mom, das sind zu viele. Ein Lächerli. Das ist ein Einzelmioluschen. Feiner. Echt. Vannein. Na ja, und der ist tot. Tot. Kaput. Das ist tot. 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 So, wenn du dich lieber ein bisschen zu spüren? Das ist tot. 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 Die Welt wird mit mir trennt. Niemals hätte ich die Nacht überlebt. Begleitet uns. Wir werden euch helfen, eure Gefährten wiederzufinden. Wir trennen sich unsere Wege. Doch wir werden uns wiedersehen bevor ihr dieses Land verlasst. Ich werde euch nicht enttäuschen und er wird sich euren Vertrauenswürdig erweisen. Und wir stolpern durch Feindesland zu Fuß und auf uns allein gestellt. Das ist ja ein abelhaftes Abenteuer. Ich lasse uns dafür. Banz. Doa. Und Deutschland ist Weltmeister. Und wir haben das nächste Level erreicht. Angegner. Angegner schnell. Das ist das kürzeste Level von heute. Was kann mein Elf ein Mensch und ein Zwerg hier in der Rittermacht? Wir sind Freunde Rohans. Wir sind auf der Suche nach einigen Kameraden. Mit Ratir verlangt, dass ihr eure Männer sammelt und östlich von Helms Klamm auf ihn wartet. Gandalf, Anange seid unser treuer Berater. Wir werden eiligst Freiwillige zu den Waffen rufen. Was ist mit euch? Ich soll euch bei der Aushebung der Truppen helfen. Habt ihr eine Karte dieses Landes? Sucht nach eurem Freundeskreis. Doch macht euch keine Hoffnung. Sie ist verloren in diesen Lachen. Schöner Back. So schön scheiße aus. Ja, ich gebe schön. Wie viel Zeit ist denn noch? Ach, ich muss. Ich muss Eomers Männer sammeln. Und du kannst mir dabei helfen. Unsere Hoffnung in Ruhe. Ah, ah, ah. Denn wir vermächten sich betreut und ihre Kampfkrank geschweckt. Ich werde einstweil nach Heloras reiten, um den König zu betreiben. Die Helden bereichnen ihren auf den nahenden Krieg vor. Ah, 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 ah. Und auch gleich, ich versuche, Theoden anzusehen zu belehren, ahne ich, dass er sich nach Helms Klamm zurückbeziehen wird. Schöner nicht. Ich weiß, es wird sagen, wo man es macht. Das hat trotzdem so ein Hemdler auch gelassen. Ich habe mich schon nach Helm. Für den Nass. Klopp. Hier ist es mir. Hier wäre fast mein guter Controller runtergefallen, den ich heute zu Gott mitgebracht habe. Weil er ja keinen zu wilden eigenen hat. Wollt ich auch nicht. Ich spiele immer alle. Ich schlaste immer alles alleine. Genau, sieht man ja gerade. Und Geld. Ich spüre auch nicht. Ach, das ist lustig, Lovation. Ich mache das meistens damit, ja? Ne, niemals. Man, das ist so gut. Wow, wir haben halt fast ein, wir haben halt 10 Prozent gemacht. Au, 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 mein Bein. Haha. Danke, Träger. Das ist böse. Ich spüre immer, ich habe nur das Vieh. Ja, der Weg war mir dann so lange und hat alles gebrochen. Ja, der Weg ist schon. Der Weg war auch zu lang. Ja, alles zu lang. quote, ja. Danke, tschüss. Was geht mit Flemania? Nur mal so zu irgendwo, das sind jetzt die genannte Monsters. Ich wusste, dass ich das auch schon löse, wenn sie vielleicht warten sollen. Da lesen kann ich einen klaren Vorteil. Ich möchte nur, wo ich lösen soll. Mit so, so ne Leiste. Tipp. Ah, sonst steht der. Ich kann da ein ewig Pferde haben. Niemals. So. Ewig. Ewig. Konzer. Na. Deine Ehen. Ehen. Das wird nach vorne. Das wird. Einbesichtbarkeit. Grund. Einbesichtbarkeit. Und hier jetzt fähre ich eine Abwechung zu gehen zur nächsten Mal. Wenn du jetzt, wenn du jetzt klein bist, dich muss einfach hören. So, und jetzt gibt's halt noch so. Hör auf mich. Wow. Wow. Warum? Ich hab mich da gerade schon. Oh, die selber und Spaß. Na ja? Und die andere? Ja, ich hab gerade. Oh, du hier. Hab mich gerade hier. Scheiße. Ich wollte eigentlich Spaß. Nichts können. Nichts können. Ich bin ein Mensch. Ich kann nicht früher. Äh. Ja. So. So. Richtig, stimmt? Nee, falsch. Das ist richtig. Ja. Halt mal. Nein. Was weiß ich denn sonst können? Ey, ich doch nicht. Alles, was ich tue, ist falsch. Was? Ja. Ich weiß nicht. Was? Ich glaube, heute haben wir nur noch auf den Schlüssel wieder. Nein, 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 nein. Absolut. Danke. Danke. Auf Wiedersehen. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 6. 7. 7. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. Applaus! Es gibt jeder einen Daumen nach oben, weil ich es geschafft habe, jetzt in den 5 zu reden. Ja, wir müssen leider beenden. Und irgendwas machen wir jetzt? Ich weiß es selber nicht, aber wir sehen uns bei der Apokalypse 2012 wieder. Bis zum nächsten Mal!